Crush a bull, get mad blunted in a 600 Crush a bull, get mad blunted in a spins So crush a bull, get mad blunted in a 600 Bins, Bins Kollege, unfassbar Der schreibt ja dann so einen Song mit diesen Reimen und mit diesen Vergleichen Das macht der einfach in 10 Minuten, das ist dann fertig Und ich quäle mich da wie ein Depp und nehme das nochmal mit nach Hause Und denke da nochmal drüber nach und lasse es eine Woche liegen Und komme dann wieder drauf zurück Und dann nehme ich es auf, gucke, passt es überhaupt ins Album Und wenn das nicht zu dem passt, dann nehme ich das wieder weg Und dann, ich werde dazu im Irren Als wir diese Platte gemacht haben, da hatte ich überall So Poster hängen und so Beautiful Mind mäßig Zettel an der Wand und wie das zu dem Und ich bin wahnsinnig geworden